Lemken hat den ersten intelligenten Pflug entwickelt. Einen Pflug, der mitdenkt. Denn Precision Farming beginnt schon beim Pflügen. Je besser der Pflug auf die wechselnden Bedingungen eines Schlags reagiert, umso leichter fällt die Saatbettbereitung, umso präziser ist die Bestellung, umso erfolgreicher die Ernte. Der Lemken Anbaupflug Juwel 8 erhielt schon in der Vergangenheit mit Turn Control ein wegweisendes Feature für das Feintuning. Mit Turn Control wird der Neigungswinkel des Juwel per Tastendruck elektronisch eingestellt und gespeichert. Für jede Seite individuell. Das geht alles bequem vom Traktorsitz aus. In der neuen Version Turn Control Pro erhält der Juwel 8 intelligente Elektronik. Jetzt ist der Juwel 8 ISO-Bus fähig. Nun lässt er sich komfortabel über das Lemken CCI 200 Terminal steuern. Natürlich ist der Juwel 8 auch mit jedem anderen Terminal bedienbar, das dem ISO-Bus-Standard entspricht. Turn Control Pro bietet zahlreiche Funktionen. Flugdrehung, Neigungswinkel, Variable Arbeitsbreite und Arbeitstiefenverstellung über das hydraulische Stützrad. Alles ist intuitiv über das Terminal zu bedienen. Diese Funktionen können auch über externe Bedienelemente wie eine Joystick-Box oder den ISO-Bus fähigen Joystick des Traktors bedient werden. Doch damit nicht genug. Weitere Funktionen wie die Vorderführchen-Einstellung, die Bedienung eines Packers und die Steuerung der Hydromatik-Überlastsicherung sind als Zusatzausstattung verfügbar. Das ist viel Bedienkomfort für einen Pflug, der in der Vergangenheit zeitraubend manuell eingestellt werden musste. Eine weitere Innovation zeichnet alle Juwel 8 mit Turn Control Pro aus. Turn Control Pro ist GPS-kompatibel, sprich aufrüstbar zur High-End-Version. Dann wird die Schnittbreitenverstellung direkt über ein GPS-Signal angesteuert. Lemken nennt diese Funktion Turn Control Pro Guide. Unterstützt durch die GPS-Technik lassen sich nun absolut gerade Furchen ziehen. Besonders beim Anbau von Sonderkulturen ist das gleichmäßige Pflugbild die Voraussetzung für ein optimales Saatbett. Außerdem werden durch die elektronische Pflugsteuerung asymmetrische Schläge effektiver ausgepflügt, denn die Schnittbreitenverstellung passt sich automatisch an. Turn Control Pro Guide arbeitet zuverlässig und präzise auch unter wechselnden Bedingungen. Ein perfektes Pflugbild ist immer garantiert. Gleichzeitig spart der Landwirt Zeit und reduziert den Dieselverbrauch. Gerade an langen Arbeitstagen und bei schlechten Sichtverhältnissen wird der Fahrer deutlich entlastet und kann mit Turn Control Pro Guide ermüdungsfreier arbeiten. Übrigens ist der Juwel 8 mit Turn Control Pro der weltweit erste ISO-Bus-fähige Flug, der nach den Richtlinien des AEF zertifiziert ist. Deshalb ist er kompatibel mit allen Traktoren und Terminals, die diesen internationalen Standard erfüllen. Hat mit dem Juwel 8 Turn Control Pro eine neue Zeitrechnung für das Pflügen begonnen? In gewissem Sinne ja. Durch die Elektronik werden viele Funktionen automatisiert. In Zukunft sind neue, softwaregestützte Funktionen denkbar, die sich in das System integrieren lassen. Der Juwel 8 mit Turn Control Pro ist ein Pflug, der heute schon zukunftsfähig ist, weil er sich entsprechend modifizieren lässt und dadurch immer leistungsstärker wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020